hallo ihr lieben heute machen wir eine handy hülle selbst ich habe mir die jetzt für meins ich habe das s 23 von samsung und habe mir einiges noch ein bisschen dazu geholt so eine schams anhänger und hatte aber auch viel zum beispiel mit perlen mit buchstaben und so hatte ich alles schon zu hause und habe also alles mal so ein bisschen zusammengesucht und ergänzend habe ich dazu dann noch das silikon dazu geholt ich hatte jetzt gesehen gehabt viele haben es mit so silikon gemacht es gibt so eine extrem großen kartuschen die man dazu nehmen kann mit so einer wo man diese dann einbaut und dann damit das machen kann das war mir jetzt zu aufwendig und habe dementsprechend mir dann so eine kleine tube geholt mit der sich ganz gut gemacht hat aber es war schon ein bisschen schwer das ganze rauszudrücken also in dem punkt machen sich wahrscheinlich dann die kartuschen wahrscheinlich doch besser ich kann es leider nicht genau erklären was ich meine weil ich selbst überhaupt nicht zu hause habe kann es euch nicht mal zeigen aber ja ich habe dann auch erst mal den tipp also ich habe das ganze das erste mal gesehen bei der kalli kissy sie macht auch immer ganz viele tolle die er weiß und ich dachte das probiere ich einfach jetzt auch mal aus und freue mich da eigentlich darüber dass ich es wirklich gemacht habe weil ich das ergebnis sehr schön finde und bin jetzt also alle meine schätze einmal durchgegangen alles was ich neu gemacht habe dementsprechend auch einmal reingeguckt und geschaut passt das für mich für dieses projekt jetzt bei mir ist es sehr musiklastig also nicht wundern aber wer mich so ein bisschen kennt beziehungsweise wer den kanal auch so ein bisschen kennt ist musik bei mir sehr viel programm und ich freue mich da immer wenn ich einfach musik höre musik macht so viel im leben aus und dementsprechend musste das auch auf meiner handy hülle drauf sein es gibt so tolle charms dann unbedingt darauf achten bei den charms da sind ja mal so kleine ösen dran diese müssten ab außer das passt jetzt vielleicht gerade dazu dann ganz gut aber ansonsten habe ich die komplett abgeknipst habt mit den perlen die ich hatte zum beispiel den namen annett gemacht mein name und habe auch musik darunter gemacht und das ergebnis logischerweise seht ihr aber deswegen ich habe das ganze alles ein bisschen schneller gemacht weil es einfach das raussuchen ist aber ich wollte es einfach auch zeigen damit ihr wisst dass das halt auch wichtig ist ich habe also für mich erstmal alles rausgesucht was für mich jetzt am besten dazu passt zu dieser händel die ich jetzt machen wollte und habe dann dementsprechend das ganze auch noch mal auf die handy hülle drauf gelegt um zu gucken wie wirkt das ganze und auch das würde ich euch raten weil silikon man kann dann nicht ewig wenn man es drauf hat dann noch warten bis man da das ganze rauf legt aufgrund dessen weil es natürlich auch trocknet oder aushärtet ich weiß gar nicht wie man es da sagt in dem zusammenhang und ja deswegen habe ich das ganze also dementsprechend für mich dann so ein bisschen gemacht ich hatte auch noch ein paar sternzeichen sachen da aber zum teil war ich mir dann immer nicht sicher welches sternzeichen zeigt das jetzt weil es gibt ja nicht mehr dieses typische also ich bin eine waage zum beispiel dieses typische eine waage wird gezeigt das gibt es ja nicht unbedingt es gibt ja auch wirklich manchmal die richtigen sternzeichen die dann zu sehen sind und das habe ich dann irgendwie dachte ich nee 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 ja so viel dann dazu und habe dann also dementsprechend das ganze für mich hübsch gemacht ich wollte es nicht extrem überladen haben aber jetzt schon so ein bisschen wollte ich schon drauf haben damit es halt auch ordentlich wirkt und wie gesagt ich habe unglaublich viele schöne perlen ich liebe sie alle und muss einfach viel viel mehr damit auch machen mit armbändern und allem drum und dran also da ist es für mich immer wieder ganz viel spaß auch wenn es sehr feinteilig ist auch da wer mich schon eine weile kennt ich habe manchmal mit den händen ja wo ich es nicht ganz so schön fassen kann das kommt immer einfach so ein bisschen auf meine lebenssituation gerade an aktuell würde ich es nicht machen weil meine hände sehr zittern mal wieder und dadurch bietet sich das nicht an das ganze jetzt so zu machen und ich hoffe dass das bald wieder ein bisschen ruhiger und besser wird und ich dann dadurch wieder mehr zugreifen kann und ich dann dementsprechend mich meiner perlen leidenschaft zuwenden kann ich habe ja als kind habe ich ganz viel mit dem bügel perlen gemacht ich habe die teilweise aufgefädelt ich habe sie auch wirklich als in so einen untersetzer reingemacht und dann halt eben zusammenschmelzen lassen war für mich immer wieder wunder wunderschön das ganze zu machen wobei das auffädeln für mich fast noch am besten war da gab es früher so schöne vorlagen womit man einfach so einen untersetzer mitmachen konnte und ich glaube zu mehr habe ich es nicht gebracht aber ich fand die untersetzer immer schon toll sowas gibt es irgendwie glaube ich heutzutage gar nicht mehr so richtig ich habe es zumindest nicht mehr so gefunden und aber ich habe auch irgendwann vor etlichen jahren dann meine bügelperlen verschenkt ich habe damals in der kita gearbeitet und habe dort dann meine bügelperlen vorhin geschenkt habe ich jetzt bei manchmal mit bastel sachen wo ich weiß so richtig machen tue ich es jetzt nicht mehr dann verschenke ich die sachen gerade an jugendhilfe einrichtungen kitas oder so wo ich einfach weiß da sind die sachen gut aufgehoben und die freuen sich darüber dass sie einfach ein paar sachen machen können hier habe ich übrigens die buchstaben rausgesucht das ist immer gar nicht so einfach das ganze dann irgendwie zu schauen weil die buchstaben findet man halt nicht so schnell ich habe dann auch kein richtiges m gefunden das sah jetzt mehr aus wie ein w aber ich hoffe man lässt als m durchgehen und also dadurch da so ein bisschen schauen ansonsten ich fand es wirklich sehr sehr schön ich habe sehr sehr gerne gemacht jetzt das ganze mit der handyhülle ich habe noch eine die habt ihr vorhin unten liegen sehen mal sehen was ich da noch mitmachen werde ob ich ob mir da noch was einfällt welches thema ich auf dieser handyhülle verewigen möchte ich hatte schon überlegt ich fahr ja demnächst nach zur ostsee und ob ich da einfach so ein maritim style versuche da noch mal mit rein zu bringen ich glaube der ursprüngliche trend ging wirklich vom vom maritim aus und so ähnlich hat auch die kalikesi gemacht ich werde sie auch verlinken könnt euch da also gerne mal umschauen sie macht das immer so so schön ich würde es auch gerne so schön machen ihre videos und so sind immer so toll ich bin aber einfach zeitlich ein bisschen eingeschränkt ich arbeite vollzeit in einem anderen beruf und habe da einfach nicht immer meine ganzen möglichkeiten die ich gerne nutzen möchte und gerade so das zeitfenster ich bin unglaublich schnell müde ich arbeite ja von früh bis abends und komme dann nach hause und mir fällt sehr sehr schwer dann einfach vielleicht noch was zu machen das ist einfach nicht so schön gerade weil weil ich einfach sehr schnell müde werde und mich da ganz viel zumindest unter der woche einfach meinem job widme und ganz wenig wo ich mal ich gehe zum gesangsunterricht mein keyboard unterricht habe ich eingestellt das hat irgendwie nicht mehr gepasst das war irgendwie mit dem keyboard lehrer dann nicht mehr ganz so schön also ich habe mache alles aus spaß freude und habe dann irgendwann gemerkt der jene der hat einfach alles kritisiert selbst wenn ich irgendwie dahin kam und so happy war dass ich geübt hatte weil das auch nicht selbstverständlich ist und das wusste er auch und er dann ah nee das war blöd und das wirkte alles so so unter mutter egal was ich mache es ist falsch und dementsprechend war das dann auch okay ich sag mal ich war viele jahre dort habe auch viel mitgenommen und werde es jetzt versuchen ein bisschen alleine zu machen sollte ich doch irgendwann mal wieder bock haben auf den unterricht dann werde ich das natürlich wieder in angriff nehmen aber erst mal war das dann auch okay und für mich einfach kräftetechnisch und konzentrationstechnisch auch erstmal okay dass ich es nicht weiter gemacht habe und genau ansonsten gehe ich zum gesangsunterricht auch nicht so oft wie es gerne möchte aber für mich wirklich einfach trotzdem sehr sehr schön übrigens falls ihr euch wundert warum ich das gerade fotografiert habe ich wollte einen anhaltspunkt haben wie es ungefähr hingelegt habe damit ich dann noch mal rauf schauen kann und dann das ganze so ungefähr wenigstens wieder so hin lege manchmal sehr der zweite versucht dann sieht es doch ganz anders aus und ja falls euch die hintergrundgeräusche wundern ich habe das fenster hier offen und weil es ja einfach ein schönes wetter ist habe ich gedacht mache ich es jetzt auch nicht zu das heißt bei mir ist so ein kleiner sportplatz gegenüber und die vögel zwitschern und dadurch da denke ich mir kann man auch die natur und das leben ein bisschen durch die wohnung zwitschern lassen genau ansonsten wegen gesangsunterricht genau ich lieb sehr ich komme da meistens aus dem gesangsunterricht raus und weiß es war schön und weil das so befreit und so schön irgendwie das ganze macht wo ich irgendwann denke doch finde ich gut und genau ansonsten gucke ich jetzt ich war letztens bei einer lesung von der katinkel engel und fand das mega schön also ich will auch mal wieder dinge ausprobieren die ich noch nie ausprobiert habe also falls ihr da vielleicht auch ideen habt ich weiß ich ob ihr vielleicht der lisa sophie laurent oder so ähnlich glaube ich ich bin mir jetzt gerade nicht sicher die hatte letztens nämlich auch gefragt was man so denn alleine machen kann und ich mache es halt total gerne ich probiere es halt gerne mal aus dinge alleine zu machen alleine zur musik gehen tue ich ja schon wie gesagt gesangsunterricht mache ich auch wobei das nicht ganz alleine ist und wie gesagt die lesung fand ich jetzt auch sehr sehr schön werde ich auch wieder machen und fand das schön und habe da dann eben auch mein buch was sie da vorgestellt hat also das von der autorin habe ich dann auch signieren lassen weil ich dachte mensch das gönne ich mir jetzt mein erstes buch was von der lesung vorgestellt wurde kann ich dann mir auch mal signieren lassen ansonsten mir ist das jetzt nicht so wichtig dass da jetzt irgendwie der autor signiert hat oder so aber wenn ich schon mal da bin finde ich gehört das mit dazu ja ihr seht schon ich kämpfe hier ein bisschen mit der tube weil das so unglaublich schwer ist das ganze irgendwie da rauszudrücken ich glaube irgendwie muss ich mir da was anderes einfallen lassen aber ansonsten hat sich wirklich gut gemacht auch das silikon selber ich finde man braucht nicht so eine riesen Masse an silikon weil was will man danach noch mitmachen ich weiß dafür keine verwendung also dementsprechend ist das auch okay und hier seht ihr schon also es kommt relativ schwer raus habe aber dann eben auch immer wieder nach und nach das ganze auch verteilt und das ging wirklich sehr gut das war sehr geschmeidig ich fand sehr angenehm vom vom gefühl her hatte ja dann noch meine spachtel liegen die liegen da rechts und damit hat sich das sehr sehr gut verteilen lassen ich hätte gerne vereinzelt ein bisschen mehr irgendwie rauf gemacht aber mir haben dann einfach mit taten die hände einfach wie aber wie gesagt ansonsten wirklich super und ich glaube die idee mit dieser tube war für mich jetzt auch gold wert und hätte ich glaube ich mehr gebraucht hätte ich wahrscheinlich oben aufgeschnitten und hätte mir das so raus geholt aber so wollte ich jetzt nicht verschwinden und habe es dann dementsprechend erst mal so gemacht ja und dann verteile ich es jetzt hier übrigens so der trocknungsprozess oder wo es dann nicht mehr geklebt hat ich würde es mindestens einen tag wahrscheinlich liegen lassen damit man wirklich sicher ist und jetzt hält es bei mir auch es ist bisher nichts abgegangen ich muss dazu sagen dass ich es aber auch bisher nur einmal richtig so mit unterwegs mit hatte und ich glaube gerade die buchstaben lagen halt so ein bisschen die sind so ein bisschen groß also da würde ich vermuten das sind vielleicht die ersten die jetzt vielleicht dann abgehen und ja während ich jetzt hier so spachtel kann ich ja mal im salm von jedem video einfach noch mal sagen ja hinterlasst mir gerne einen daumen nach oben oder eben teilt ein abo vergesst nicht die glocke zu wir aktivieren wie viele immer sagen dann verpasst ihr auch nichts ich will irgendwann jetzt so nach und nach aber es dauert bei mir immer alles sehr sehr lange auch mal ein paar andere themen oder andere video ideen umsetzen und aber ansonsten ja ich freue mich über jeden kommentar sagt mir auch gerne wenn ich irgendwas für euch ausprobieren soll was ihr vielleicht gesehen habt und ob das wirklich so leicht funktioniert ich habe noch die ja weiß ich gucke mal ob ich das morgen mache das habe ich mir von der cali kassi geholt und habe so etwas ähnliches schon mal gemacht aber ich will es wirklich schon gerne noch mal ausprobieren mit den sachen die sie jetzt mitgegeben hat in dem set und auch einfach von den farben von den pinseln ich finde die pinsel sehr sehr schön ich hatte erst überlegt ob ich mir die pinsel nur einzeln hole aber dann dachte ich mir nein mach einfach mal das set das hat ja auch spaß gemacht wo du das letzte mal gemacht hast mache ich einfach und dementsprechend ja könnt ihr euch da noch freuen ich gucke ob ich es wie gesagt morgen mache ich muss noch schauen wie es jetzt mache wenn ich gerade wenn ich im urlaub bin da ist alles ein bisschen anders wobei ich halt nicht übers wochenende aber trotzdem ich brauche ja die zeit um das video auch zu machen und und zu basteln also falls da mal ein video ausfällt habt ein bisschen geduld ich habe jetzt auch manchmal bei den feiertagen wo ich weiß da gucken die leute halt auch viel viel weniger habe ich dann einfach mal gesagt okay dann lasse ich ein video ausfallen und das ist vollkommen okay und ja hier seht ihr ich hab jetzt das ganze alles ein eingeschmiert klingt blöd eingestrichen so und es war teilweise ganz gut dass da die ecken die sind ja so ein bisschen höher bei so einen handy hüllen das hat sich ganz gut gemacht ansonsten alles was so am rand ist das wünsche ich weg damit es halt nicht so verschmuddelt dann aussieht aber es sieht trotzdem nach handgemacht aus also dementsprechend ihr werdet das wahrscheinlich nicht so hinbekommen als wenn das jetzt komplett neu ist irgendwie dass das halt aus irgendeinem betrieb rauskommt oder so es ist wirklich alles handgemacht und ich glaube da kann man so viele schöne individuelle sachen mitmachen dass das eine echt schöne idee ist einfach auch wenn man niemand zum beispiel eine freude mitmachen möchte wenn man weiß welches handy der linie hat dann kann man sich so eine handy hüllen holen und diese dann damit verschönern und ja hier habe ich mir jetzt das ganze dann hingelegt damit ich immer so ein bisschen gucken konnte und das war teilweise nicht einfach ich hatte erst überlegt ob ich es dann versuche mit einer pinzette habe dann aber entschieden pinzetten kann ich gerade auch nicht richtig halten und habe es dann wirklich so versucht ihr seht auch die zange habe ich dort das heißt da habe ich immer oben die ösen von abgemacht was wirklich sehr sehr einfach ging also das geht komplett einfach und da keine scheu ihr braucht nicht extrem viel gewalt es ist wie so ein abknipsen einfach was relativ weich auch ist also die charms die waren da jetzt nicht ganz so widerspenstig wie ich gedacht habe ihr seht schon ganz viel musik ist da einfach auf meiner handy hülle unterwegs ich lieb es übrigens immer noch sehr und freue mich da einfach sehr drüber dass es mittlerweile so viele sachen einfach auch gibt und ganz viele die ja immer sagen ah ja dann hast du vielleicht wieder übern großen a bestellt ja da finde ich tatsache die meisten sachen und das ist manchmal gar nicht so einfach ich würde es auch im laden kaufen gehen würde auch im bastelladen gehen wo es vielleicht sowas gibt aber es gibt es halt ganz ganz schlecht da das ganze dann zu machen und selbst die bastelläden die ich halt bei mir so habe irgendwie in berlin gibt es ja relativ viel gibt es manchmal nicht diese wunderschönen kleinen spielereien die jeder bastler herz da so ein bisschen höher schlagen lässt ich glaube jeder bastler der weiß gerade was ich meine es gibt manchmal einfach so unglaublich schöne sachen aber ich werde bestimmt auch wieder mal zu ich glaube idee kreativ glaube ich heißt der laden gehen der sitzt so ein bisschen in der mitte von berlin aber das ist wie so ein tagesausflug man will einfach mal hingehen man will mal gucken was gibt es denn da so für schöne sachen und vielleicht auch mit dem wunsch ich war letztens da letztens ist jetzt auch schon glaube ich ein jahr her überlegt wo ich dann hingegangen bin und hatte aber nicht wirklich ein projekt im hinterkopf und das finde ich dann immer schade wenn ich da hingehe und eigentlich merke tja der weg war vielleicht umsonst ich habe noch einmal filzen zu hause das werde ich bestimmt auch machen aber da habe ich mir ein set geholt wo ich einfach dachte okay der schneemann jetzt im sommer kommt vielleicht nicht ganz gut aber ich habe noch ein anderes viel zeit zu hause da werde ich vielleicht demnächst dann nochmal ausprobieren das ganze das ist irgendeine blume glaube ich blumen kaktus oder irgendwie sowas in der art und ja ich habe immer wieder übrigens hier bei der handy hülle dann so ein bisschen nachgestrichen weil ich gemerkt habe da bin ich irgendwie blöd rangekommen oder wie auch immer und habe es dann dementsprechend also gut hinbekommen und ich hoffe euch gefällt das ergebnis genauso wie mir und finde das echt schön wie gesagt für mich hat es sich gelohnt ich danke dafür sehr der karlike sie dass sie da hat es einmal gezeigt hat und dadurch ist das einfach was schönes was glaube ich jeder mal ausprobieren kann und darf und es ist wirklich nicht schwer und wenn ich das sage hat das immer schon was zu heißen ich sag mal die ganze die ja weiß hat idee kam ja wirklich weil ich manchmal irgendwo das gefühl hatte die sagen und das geht ganz einfach das geht ganz einfach aber nein nicht jedes die dabei ist einfach nicht jeder hat das talent dafür nicht jeder hat die die übung da drin die sachen dann so zu machen und das ist auch okay aber ich finde es immer ganz schwierig wenn jeder sagt irgendwie das funktioniert super aber theoretisch jetzt hier bei dem hier zum beispiel man muss wissen was man gerne rauf machen möchte man muss irgendwie dieses silikon rauf bekommen und anständig verspachteln und dann ist alles wunder wunderschön probiert gerne aus ihr könnt mir da auch gerne feedback hinterlassen ich glaube dass das eine echt schöne idee ist um eben auch geschenke zu machen vielleicht auch zum papa tag oder zum mutter tag je nachdem wie jeder möchte und dadurch ich zeige euch gleich das ergebnis noch und ich hoffe euch gefällt das ergebnis auch ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen wunderschönen sonntag und ich hoffe wir sehen uns dann nächste woche wieder bis dann tschüss 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 Vielen Dank.